Musik 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 Mit all seinen Höhen und Tiefen und letztlich ist doch noch aus ihnen was geworden. Denn wer sich nicht verändert, der wird selbst verändert. So konnten wir herausfinden, dass die Anwesenheit von Dopamin zu einer erhöhten Eisenaufnahme in wichtigen Immunzellen wie Makrophagen führt. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück. Und ich bin sehr glücklich, dass ich meine PhD-Degree von der Medikamenten Universität Innsbruck erzielt habe. Wer leuchten will, muss brennen. Man ist froh, dass man fertig ist. Man ist auch froh beim Zurückschauen auf die schöne Zeit im Großen und Ganzen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe und dass ich jetzt endlich arbeiten anfangen kann in der Klinik. Aber man muss es sich ja nicht schwerer machen, als es eh schon ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017